Dieser super ausgestattete Ford Raptor Doppelkabine-Automatik könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 Dieselmotor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Vier Türen erleichtern den Einstieg, besonders hinten. Hier sind die Scheiben abgedunkelt, das sieht schick aus und lässt die Sonne draußen. Mächtige Alufelgen mit Offroad-Reifen unterstreichen den Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder, wir haben immer super Angebote. Die Vollersitze mit Lederstoffkombination bieten viel Komfort und eine tolle Sitzposition. Fussmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Ranger Raptor schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags, Nebellampenfreunde und der Heizbahnfrontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch ein Bluetooth-Freisprecher und ein Navigationssystem. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem Ranger Raptor, dem sportlichsten aller Ranger und seiner umfangreichen Ausstattung, werden Sie viel Spass haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie dann einfach Probe. Das Team von Wiesmann freut sich dazu. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wiesmann freut sich dazu.